Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal der A&M. Heute geht es um ein besonders cooles Thema, nämlich wie du Werbeanzeigen und Stellenausschreibungen auf Facebook platzieren kannst und wie die ausgestaltet werden sollten, wie die aussehen sollten, damit sie besonders gut funktionieren. Das lernst du hier in diesem Video. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. So, genau. In diesem Video soll es darum gehen, wie du eben die Plattform Facebook dafür nutzt, um deine eigenen Stellenausschreibungen für deinen Handwerksbetrieb oder für deinen Fachhandel auf der Plattform Facebook auszuschreiben, damit du eben mehr Bewerber bekommst und endlich die passenden Fachkräfte für deinen Betrieb finden kannst. Und wir legen direkt mal los. Und zwar, wenn du schon mal auf der Plattform Facebook unterwegs warst, dann kennst du das Ganze vielleicht, wie das aussieht. Du hast hier im Prinzip dein Feed. Ob das jetzt auf dem Handy ist oder auf dem PC oder auf dem iPad, ist eigentlich erstmal egal. Und hier oben hast du erstmal Posts von anderen, die hier oben so sind. Und hier hast du dann so einen Post in der Mitte und hier unten geht es dann weiter mit wieder anderen Posts von anderen. So. Und dabei ist auch schon das Wichtigste, dass du verstehen musst, in diesem Feed haben wir natürlich extrem viel Konkurrenz um die Aufmerksamkeit der Leute. Ja, der durchschnittliche Facebook-User oder Social-Media-Nutzer, der scrollt 90 Meter Social-Media-Content am Tag. Das ist ein ganzes Fußballfeld, was er sozusagen mit seinem Finger hoch und runter scrollt. Und das musst du dir erstmal vorstellen. Und in dieser Fülle an Content, da müssen wir natürlich mit unserer Werbeanzeige herausstechen. Und wenn du so eine Facebook-Anzeige oder so einen Facebook-Post schon mal gesehen hast, dann wirst du das kennen, wie das aussieht. Und hier oben hast du in erster Linie erstmal so ein bisschen Text. Ja, hier hast du dann so ein Mehr-dazu-Button. Dann hast du hier ein Bild oder ein Video. Und dann hast du hier wieder eine Headline und so einen Button, der zu deiner Stellenausschreibung auf deiner Webseite zum Beispiel führen kann. Oder zu einem kurzen Formular. Und was die Leute als erstes machen, ist, sie schauen hier auf dieses Bild. Das ist hier die Nummer 1. Also das ist das Wichtigste, mit dem du eben in der Lage bist, auch Aufmerksamkeit zu generieren oder zu erzeugen. Dieses Bild ist eben das Wichtigste. Die Leute scrollen da quasi durch. Und du musst es mit deinem Bild oder mit deinem Video schaffen, innerhalb von drei Sekunden die Aufmerksamkeit der Leute zu bekommen. Weil sonst sind sie schon wieder hier beim nächsten Post und du hast verloren. Ja, und du bist schon wieder weg und bist unrelevant. Und vielleicht der passende Bewerber, der gerade auf dem Sofa liegt und von der Arbeit nach Hause kam und sagt, ey, schon wieder so einen Scheißtag gehabt, der hat das dann nicht gesehen, nur weil dein Bild hier nicht auffällig genug war. Das heißt, Punkt Nummer 1 ist hier das Bild. Das schauen sich die Leute als erstes an. Dann Nummer 2. Das ist die Headline, also diese Überschrift hier unter dem Bild. Da gucken die Leute danach hin. Ja, wenn das Bild interessant ist, dann gucken sie auf die Headline und sagen, naja, worum geht es denn hier eigentlich? Und dann, wenn sie das gelesen haben, dann schauen sie hier nach oben zum Text und lesen sich den durch. Und sagen, ja, worum geht es denn jetzt hier im Detail? Könnte das interessant für mich sein hier in irgendeiner Weise? Und dann können sie hier noch auf den Button klicken und mehr lesen, ja, mehr dazu. Und wenn das alles interessant war, dann drücken die hier vielleicht auf mehr dazu und landen dann auf deiner Erstellenseite, vielleicht auf deiner eigenen Webseite zum Beispiel. So, und jetzt haben wir diese Punkte schon. Das heißt, du musst hier mit diesem Bild erstmal extreme Aufmerksamkeit erzeugen. Und jetzt sagst du, naja, wie soll ich denn irgendwie extreme Aufmerksamkeit erzeugen? Ich habe ja gar nichts, was irgendwie hier Aufmerksamkeit erzeugt. Und was du dir da vorstellen musst, ist, Aufmerksamkeit entsteht auch durch Relevanz. Ja, also Relevanz heißt, wenn ich etwas sehe, was mich interessiert, dann bekommt das sofort meine Aufmerksamkeit. Wenn ich zum Beispiel merke, ich bin hier zum Beispiel ein SAK-Betrieb, ja, und ich habe hier eine Abbildung von einem Anlagenmechaniker, der jetzt zum Beispiel gerade irgendwas macht, ja, der etwas anbaut, der etwas repariert und so weiter, dann erzeugt das sofort Aufmerksamkeit. Und wenn das vielleicht auch noch aus einem Winkel geschossen ist, dieses Bild, was vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, dann habe ich relativ gute Chancen, hier gute Aufmerksamkeit zu erzeugen. Oder wenn ich hier zum Beispiel mein Team habe aus Anlagenmechanikern, die hier alle zusammen auf einem Bild stehen, vielleicht noch mit der Firmenkleidung, mit dem Firmenlogo, dann habe ich eben die Möglichkeit, hier durch Relevanz einen sehr, sehr coolen Aufmerksamkeitseffekt zu bekommen. Das heißt, wo du dich eigentlich nur darum kümmern musst, ist, dass du ein möglichst aufmerksamkeitserzeugendes oder ein möglichst relevantes Bild oder Medium hier hast. Wenn wir das geschafft haben, das ist schon mal die erste Hürde, dann haben wir eigentlich schon 60 bis 70 Prozent der Miete. Und dann müssen wir uns hier die Headline angucken. Und zwar, hier geht es einfach darum, dass du die Relevanz noch verstärkst. Ja, dass du einfach sagst, okay, es geht hier um Anlagenmechaniker. Und dann kannst du hier schreiben, Achtung, an alle Anlagenmechaniker zum Beispiel. Ja, wenn du wirklich jetzt gerade einen Anlagenmechaniker suchst oder einen Küchenmonteur. Ja, wenn wir das ganze Beispiel mal auf was anderes beziehen, kannst du sagen, hey, an alle Küchenmonteure oder an alle Monteure. Wichtige Information an alle Monteure. Dann denken die, oh, jetzt habe ich hier ein Bild gesehen. Das sieht nach meinem Interesse aus. Das ist interessant. Jetzt habe ich hier noch eine Headline. Die ist auch relevant für mich. Und jetzt habe ich Interesse. Jetzt weiß ich, dass es um mich geht. Jetzt lese ich mir das hier oben hier durch und sage dann vielleicht noch mehr dazu und lese mir das Ganze durch. Und was musst du hier oben machen? Hier oben musst du eigentlich nur noch erklären, warum die jetzt weiterlesen sollten und warum das jetzt interessant für dich ist. An alle Küchenmonteure, die Lust haben auf eine neue Herausforderung zum Beispiel. Oder an alle Anlagenmechaniker, die keine Lust mehr haben, das und das zu machen, sondern die viel lieber das und das machen wollen. Oder an alle Leute, die einen Tapetenwechsel brauchen zum Beispiel. Oder hier ist es eben besonders wichtig, dass du auch für deinen Betrieb Dinge rausfindest, die Mitarbeiter zum Beispiel in anderen Betrieben nicht gemocht haben, die sie aber jetzt bei dir mögen. Vielleicht hast du bei dir ein besonders cooles Arbeitsklima. Vielleicht hast du bei dir irgendwelche Firmenfeste. Vielleicht hast du bei dir besonders coole Ausstattung an Werkzeug und Fahrzeug und so weiter. Dann sind das alles Punkte, die du hier mit reinschreiben solltest in diesen Text und sagen musst, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Es wird auch einige Dinge geben, wo du sagst, naja, wir sind eigentlich wie jeder andere Handwerksbetrieb auch. Bei uns gibt es nichts, was irgendwie besonders ist. Aber für viele Leute ist es zum Beispiel sogar schon nicht selbstverständlich, pünktlich Gehalt zu bekommen. Also frag dort vielleicht auch einfach mal deine Mitarbeiter, ey, was sind eigentlich so Dinge, die ihr bei uns schätzt? Warum seid ihr bei uns? Und dann wirst du eben so Dinge bekommen, wie bei uns gibt es pünktliches Gehalt, bei uns gibt es ein tolles Arbeitsklima, bei uns gibt es auch am Wochenende Aktivitäten, die wir zusammen machen und so weiter. Und das sind alles Sachen, die wir hier oben dann mit reinschreiben wollen. Und ja, wenn du das gemacht hast, dann musst du eigentlich den Interessenten oder den Bewerber nur noch darauf aufmerksam machen, was er jetzt als nächstes machen muss. Die sogenannte Call to Action, also die Handlungsaufforderung. Und dann sagen wir, klicke jetzt hier auf den Button mehr erfahren und dann kommen die hier zum Beispiel auf deine Stellenbeschreibung, ja. Wie so eine Stellenbeschreibung im Idealfall aussieht auf deiner Webseite, das haben wir auch schon in anderen Videos erklärt. Das findest du hier bei uns auch auf dem Kanal, also einfach mal auch nach Stellenausschreibungen zum Beispiel suchen hier auf unserem Kanal. Da findest du auf jeden Fall auch was dazu. Das kann ich jetzt hier in dem Video nicht erklären, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Genau, aber im Prinzip war es das eigentlich schon. Also so kompliziert ist das Ganze gar nicht, sondern du musst eigentlich nur auf diese Punkte achten hier bei Punkt Nummer 1. Aufmerksamkeit und Relevanz erzeugen. Bei Punkt 2 auch diese Relevanz aufrechterhalten, dass die Leute Lust haben, hier oben diesen Text durchzulesen. Und wenn die den Text durchlesen, am Ende sozusagen mit Vorteilen kommunizieren, ja. Warum ist es besonders cool, bei dir zu arbeiten? Und dann eben die Handlungsaufforderung auf die Webseite. Und dort sollte die Stellenausschreibung dann den Rest erledigen. Ja, das waren eigentlich schon die wichtigsten Punkte. Ich hoffe, du konntest da das eine oder andere mitnehmen, was du für deinen Betrieb auch umsetzen kannst. Wenn du sagst, ja, ich habe das alles verstanden, das macht auch alles Sinn, aber ich habe gar keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Und auch, um ehrlich zu sein, nicht so die Lust, mich damit zu beschäftigen. Dann können wir das auch für dich übernehmen. Ja, wir machen das jeden Tag. Wir erstellen hier jeden Tag Kampagnen und Werbeanzeigen für unsere Partnerbetriebe. Und sorgen eben damit dafür, dass sie eben mehr Bewerber bekommen und die passenden Fachkräfte einstellen. Wenn du da Lust hast, das von Profis in die Hand nehmen zu lassen, dann melde dich gerne mal bei uns. Ja, du kannst hier auf der Webseite, hier unter dem Video, findest du irgendwo den Link am-beratung.de. Dort kannst du dich eintragen für ein kostenloses Erstgespräch. Und dann können wir eben schauen, welche Stellen genau möchtest du besetzen und können dir eben zeigen, wie wir das für dich umsetzen können. Ja, wenn du Bock drauf hast, dann klick einfach mal auf die Webseite und schau dich da um. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du konntest einiges mitnehmen und lass gerne einen Daumen oben da und abonniere auch den Kanal, damit du solche Videos in Zukunft nicht mehr verpasst. Und ja, ich wünsche dir noch einen coolen Tag, je nachdem, wann du das Ganze schaust und bis zum nächsten Video. Ciao.